Warum ich Latex liebe? Hashtag 4 im Club oder auch auf der Straße Das Thema Latexmode im Club oder auch auf der Straße ist äußerst faszinierend und ich möchte hier gerne meinen Standpunkt teilen. Die Vielfalt an Latexmode für den Club ist beeindruckend, von knappen sexy Outfits bis zu Volloutfit mit Maske. Die Auswahl ist so vielfältig, wie die Menschen die Latexmode tragen. Jeder hat seine eigenen Vorlieben und das ist gut so. Für den Alltag produzieren wir Latexmode, die nicht sofort als solche erkennbar ist. Wir setzen auf edel schimmernde Materialien anstelle von Hochglanz oder verwenden eine leichte Struktur in der Oberfläche. Dadurch erhält der Latex-Fan die Möglichkeit, sein Lieblingsmaterial viel öfter zu tragen, ohne sich unangenehmen Kommentaren aussetzen zu müssen. Mit meiner Latexjacke bin ich überall unterwegs und fühle mich wunderbar. Wenn mal jemand genauer hinschaut, was äußerst selten vorkommt, bekomme ich nur positives Feedback. Mich interessiert sehr deine Meinung zu diesem Thema. Schreibe sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Herzliche Grüße, deine Karin von Rosengarn, die mit dem roten Hut.